Ja, in Deutschland wird derzeit ausgezählt. Wir haben hier mal ein Webcam-Bild. Das ist der Bezirk Hamburg-Mitte, wurde mir gesagt. Die haben auf ihre Auszählung eine Kamera gerichtet und hier kann man das schön beobachten. Weiß man zugleich dann auch, ob alles richtig läuft. Und so sieht es jetzt natürlich Land auf, Land ab, aus. Es wird ausgezählt. So, jetzt beginnen wir aber, wie sich das gehört.